Ich starte heute mal mit einem Zitat von Michel de Montaigne. Und zwar, lasst euch nicht aus euch selbst vertreiben, sie wollen euch zu Markte bringen und verbrauchen. Mit diesem eindringlichen Appell möchte ich heute mal beginnen. Es geht nämlich um ein unangenehmeres Thema, ein astrologisch aber dennoch sehr spannendes Thema. Und zwar geht es um unsere eingebauten Selbstzerstörungsprogramme, Selbstbeikotstufen, die jeder von uns astrologisch angelegt hat. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, wie weiche ich dem aus, sondern jeder hat es. Das heißt, jeder hat einen gewissen Leidensdruck, hat gewisse Schwierigkeiten astrologisch angelegt. Und wenn man einmal lernt, und das sollte eigentlich die Essenz auch sein, bevor ich jetzt auf die einzelnen Stufen eingehe, wenn man lernt, damit umzugehen, das anzunehmen und zu sagen, das gehört zum Leben dazu, es gibt nicht nur diese Höhen, sondern auch die Tiefen, dann erreicht man einfach eine ganz andere Meisterschaft. Und ich denke, dass das gerade in so Krisenzeiten also nicht wichtig ist. Wie gesagt, also jeder hat die Planeten im Horoskop stehen, die ich heute so besprechen werde. Und da gibt es auch kein Entrinnen in dem Sinn, sondern man kann nur über diese Bewusstheit, wenn du dich nicht aus dir selbst vertreiben lässt, klar zu dir stehst und schaust, was entspricht dir, was entspricht deiner Wirklichkeit, was entspricht deinem seelisch Angelegten, dann wirst du auch diese Selbstvernichtungsstufen, wie es Wolfgang Döbereiner beschreibt im Horoskop, anders wahrnehmen, nicht so dramatisch wahrnehmen. Denn letzten Endes geht es nur darum, dass man sagt, jetzt im Astrologischen, du hast einen Lebensplan bekommen und der entfaltet sich in der Zeit. Das heißt, du hast gewisse Anlagen, das ist so die Grundannahme der Astrologie, du hast gewisse Anlagen in dir und die wollen gelebt werden, die wollen sich ausdrücken. Und wenn du dann etwas lebst, das diesen Anlagen widerspricht, wird der Leidensdruck dementsprechend größer. Und gerade eben in einer Zeit, wo diese Riesenkrisen kommen, diese Inflation, die Kriegszeiten, genau in diesen Zeiten ist es wichtig, sich darauf zu besinnen, jeder hat Widrigkeiten im Horoskop angelegt, nur wie kann man sie am besten lösen. Und ich möchte jetzt einfach einmal so diese Stufen vorstellen. Und das sind so die sogenannten Schicksalsplaneten. Das heißt, das sind die Transsaturnia, die, die auch nach Saturn kommen. Also Saturn ist so einer dieser Planeten, die einfach, ja, die einfach langsamer laufen, die dann mehrere Leute auch dort im Horoskop stehen haben und in unterschiedlichen Kombinationen natürlich wirken. Ein paar dieser Langsamläufer hast du ja schon kennengelernt. Seit 2020, wenn du mir folgst auf diesem Kanal, da haben wir auf jeden Fall mal schon Saturn-Pluto gehabt im Steinbock, diese große Konjunktion, die diesen ganzen Corona-Irrsinn da ein bisschen ausgelöst hat. Also diese ganze Krise, diese ganze Pandemie. Und die jetzt eigentlich eine wesentliche Änderung eigentlich noch einmal eingeleitet hat. Und es gibt also so unterschiedliche, so Döbereiner nennen es, wie gesagt, Selbstzerstörungsstufen im Horoskop, Selbstboykott, würde ich jetzt sagen, finde ich jetzt besser, die dir aber helfen sollen, eigentlich deine Wirklichkeit zu leben. Im Horoskop, warum sind die wichtig? Weil das natürlich auch, wenn du meine Neumond-Horoskope verfolgst, auch immer wieder diese Langsamläufer sind, diese unter Anführungszeichen Schicksalsplaneten, die ich da in erster Linie deute. Das heißt, die Konstellationen aus diesem Planeten raus, die nehme ich sehr in diese Betrachtung, in meine Analyse für das kommende Monat immer dazu. Aber du hast diese Planeten natürlich nicht nur im Transit stehen. Also Transit heißt ja einfach, man nimmt so quasi den aktuellen Sternenhimmel und legt den dann in Bezug auf dein Horoskop, dass man merkt, okay, was sind denn da jetzt für Themen gerade bei dir aktuell. Das ist so ein Transit-Horoskop, das kann man dann so errechnen und sich anschauen, was da für Konstellationen sind. Aber du hast natürlich alle Planeten, die auch im Transit laufen, logischerweise in deinem Geburtshoroskop drinnen. Und in diesem Horoskop stehen die auch in gewissen Verbindungen. Aber man kann diese Deutungen, die Döberreiner jetzt auch natürlich als Zeitauslösungen deutet, man kann die natürlich auch auf die Transite legen. Also beginnen wir einfach mal. Was ist denn die erste, ich nenne es jetzt nicht mehr Selbstzerstörungsstufe nach Döberreiner, sondern Selbstbarkottstufe. Die erste Selbstbarkottstufe ist der Neptun, ist der Transit des Neptuns, beziehungsweise ist der Neptun im Horoskop. Und Neptun ist deshalb die erste Stufe, der weicht eigentlich so ein bisschen auf und benebelt so ein bisschen. Du kannst dir das vorstellen, das ist wie so eine natürliche Droge, wo einem etwas, das schlimm erscheint, eigentlich nicht mehr so schlimm erscheint, wo man ruhiger wird, wo man gelassener wird, obwohl man da Krisen erlebt. Ein bisschen so wie, ja, ich sage jetzt mal so ein ausgeblendet sein. Und Neptun macht eben alles ein bisschen weicher. Man hat vielleicht Konzentrationsschwierigkeiten, man kann nicht mehr so genau sagen, was will ich überhaupt, man kann sich nicht so genau festlegen. Und über diese Einweichung kann eine Korrektur geschehen. Wenn zum Beispiel Neptun drüber geht und du sagst, okay, ich weiß jetzt nicht, will ich in dieser Partnerschaft bleiben oder passt dieser Job für mich, dann kann das sein, dass das eben eine sehr sanfte erste Korrektur ist schon, wenn etwas dir widerspricht, wenn etwas deinem Plan widerspricht. Also das ist so diese erste Stufe, die da kommt. Die zweite Stufe im Horoskop, die zweite Selbstboykottstufe im Horoskop ist dann der Uranus. Und Uranus ist dann so die plötzliche Veränderung, der Unfall auch. Auch mal eine Operation, wo einfach etwas rasch sich ändert. Nicht mehr so sanft wie bei Neptun, wo man so ein bisschen, ja, das geht so dahin, sondern Uranus wird unmittelbar spürbar. Da gibt es entweder einen gewissen Unfall, ein Unglück, etwas zerbricht, da gibt es einfach dann eine Entladung und eine plötzliche Wandlung. Uranus möchte ja eigentlich im Sinne, so wie Neptun eigentlich alles so, so ein bisschen so inneren Frieden und so herstellen will, will ja der Uranus einfach so eine Gleichheit erzeugen. Und Uranus möchte natürlich angleichen, was ist dein angelegter Plan und was lebst du jetzt gerade. Und deshalb ist Uranus so diese zweite Stufe. Also die ist schon spürbarer als der Neptun. Da wird man schon mehr beeindruckt. Aber es soll trotzdem immer deinen Seelenplan unterstützen, fördern. Also da ist jetzt nichts Böse, weder Neptun ist böse noch Uranus ist böse noch. Die dritte Selbstpakot-Stufe ist Saturn. Und Saturn reduziert. Saturn zieht Grenzen auf. Saturn nimmt auch womöglich die Lebensenergie ein bisschen raus. Der reduziert die Lebensenergie. Dass du dahin geworfen wirst, dich auf das Wesentliche, auf dein Wirkliches zu reduzieren. Was entspricht dir hundertprozentig? Dann kommt Saturn und sagt so, Stopp, der bremst. Der schränkt ein. Da hast du nicht mehr die Kraft, groß verschwenderisch zu sein. Oder du hast auch die materiellen Ressourcen nicht, jedigen Blödsinn zu erwerben, der womöglich nur Kraft kostet, aber eigentlich nicht dir entspricht. Und da ist Saturn dann quasi die nächste Stufe, diese Einschränkung. Das heißt, wir haben bis jetzt mal diese drei Stufen. Wir haben Neptun, der weicher macht, der ist angenehmer. Wir haben dann Uranus, der wird spürbarer. Das ist die plötzliche Veränderung. Schock, irgendwas trennt sich, irgendwas geht auf, irgendwas wird neu. Und wir haben Saturn, der einfach so einen Halt rein macht. Und wenn man dann noch nicht durch ist, quasi jetzt einmal durch diese Selbstboykott-Phasen, dann haben wir noch Pluto stehen. Und Pluto ist einfach die Angst, ist die Verneinung und ist auch dann, ist auch dieses Stirb und Werde. Also Pluto fordert Transformation. Bei Pluto fallen Sachen weg. Bei Pluto wollen Sachen sterben, im Sinne von gewandelt werden. Da will etwas transformiert werden. Pluto ist auch das, wo man mit Ängsten zu tun bekommt. Saturn ist eher so Erschöpftheit, so Angestrengtheit. Und Pluto ist etwas, wo du mit Ängsten konfrontiert wirst. Dass man sagt, ich schaffe etwas nicht oder ich bekomme Angst. Und das ist insofern auch positiv gemeint, weil man durch die Angst ja schauen kann, was soll ich denn anders machen, wie komme ich denn aus der Angst raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel finanzielle Ängste habe, auf einmal Existenzängste und einmal prüfe, sind die jetzt berechtigt, ja oder nein oder geht sich da mal was nicht aus, dann ist ja das positiv. Und auch wenn man eine Todesangst hat, finde ich das insofern inspirierend, dass ich einmal prüfen kann, wie lebe ich denn, wie kann ich so erfüllt leben vielleicht auch, dass ich eben diese Angst lösen kann. Wie kann ich denn so ins Tun kommen, so mein Leben umgestalten, dass ich sage, diese Todesangst, da lache ich nur rein, weil sterben werden wir alle. Und warum soll ich jetzt Angst haben? Ich lebe erfüllt. Ich schaue einfach mal, dass ich mein Leben ab jetzt erfüllt lebe, mit voller Kraft, mit voller Energie, dort wo ich mich wohlfühle, was meinem Inneren entspricht. Und das sind also diese vier Selbstboykottstufen, Selbstzerstörungsstufen, die du im Horoskop angelegt hast. Und das sind auch die Schicksalsplaneten, die dann auch bei den Transiten, wenn ich ein Neumond-Horoskop mache oder wenn du zu mir kommst, zu einer astrologischen Beratung, die ich dann mit einbeziehe in meine Deutungen. Und das sind eben so die Regulative. Das sind Hilfskräfte, Hilfs- und Anführungszeichen Planeten, die einfach dazu da sind, dass du deinen Lebensplan, dass du deine Wirklichkeit, das, was dir entspricht, deine Entsprechungen zu 100% leben kannst. Also es gibt kein schlechtes Horoskop, es gibt keine schlechten Sterne, es gibt kein schlechtes Schicksal in dem Sinne, sondern es gibt nur diese Regulative. Und je mehr du dich gegen dein Wesen sträubst, je mehr du etwas lebst, das dir nicht wirklich widerspricht, umso spürbarer wird dann einer dieser Regulative für dich werden. Je nach Auslösung natürlich. Das entfaltet sich ja immer in der Zeit. Ja, also um es noch einmal zusammenzufassen. Krisen, Krisenzeiten gehören einfach zum Leben dazu. Und das Leben geht auch weiter. Also auch wenn du jetzt Ängste hast, wenn du Sorgen hast, das Leben geht weiter. Werde kreativ, werde originell, prüf für dich einfach auch, was entspricht wirklich dir und lass dich nicht aus dir selbst vertreiben. Um noch einmal mit diesem Zitat zu schließen, bleib bei dir, bleib bei deiner Klarheit, bleib bei deinen Ressourcen und bleib in deiner Kreativität auch. Egal was außen ist, bleib in deiner Kreativität und schau einfach, was betrifft dich unmittelbar und das löse. Denn Lösungen gibt es immer. Auch wenn man sagt, man verzweifelt mal an etwas, es ist etwas, es steckt so fest, dass man das Gefühl hat zu verzweifeln. Dann gibt es aus meiner Sicht, aus der energetischen Sicht auch die positive Verzweiflung, wo man dann sagt, okay, jetzt kann ich wirklich nicht mehr und auf einmal öffnet sich etwas. Also bleib bei dir, bleib klar und hab keine Angst vor irgendwelchen bösen Konstellationen, vor irgendwelchen schlimmen Zeitqualitäten oder so bedeutsamen Zeitqualitäten. Man muss das immer in ein Verhältnis setzen, auch beim Astrologischen. Und ich freue mich natürlich, falls du mal eine Beratung brauchst astrologisch, dass du dir einen Termin vereinbarst, Homepage.de unten drinnen. Und ansonsten, ja, hören wir uns oder sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Dein Oliver Eareny aus dem wunderschönen Linz. Alles Gute und Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2019 Untertitelung des ZDF, 2020